Das ist doch nicht, ne, ne, ernst. Toll. Der Typ hat vor allem ne Ausdauer, das ist halt unfassbar. Alter, komm ins... Ne, ins Rennhalt. Alter, es kann doch nicht wahr sein. Einfach vor allem, wo kommt ihr her? Hä? Was? Run to the elevator! Run! Wirkst mich doch im Arsch. Was? Oh, was? Das willst du mich verarschen? Wo muss ich gehen? Alter, wo ist der Aufzug? Wo ist der Aufzug? Was? Ging ich hier zum Aufzug? Ich weiß es nicht. Nein, hier bin ich falsch. Hier bin ich falsch. Alter, willst du mich verarschen? Hallo, du hässliches Ding. Haha, tschüss. Alter, lass mich mal durch. Alter, leck mich im Arsch. Boah, leck mich im Arsch. Alter, bin ich hier gerade bei von den Borg umzingelt oder was? Äh, was? Ich will die weg. Ich will die weg. Ich will die weg. Alter, ich will die weg. Lala, ja, lass dir zu heute. Ist gar kein Problem. Wir werden nur von komischen Viechern hier verfolgt. Ist gar kein Problem. Lass dir alle Zeit der Welt. Ist gar kein Problem gerade. Alter, ich will die weg. Wo ist der Aufzug? Wo ist der Aufzug? 6. Wo ist 6? Da hinten ist der Aufzug. Alter, leck mich im Arsch. Alter Ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg Ah, Stromkabel, ah, weg, ah Hier ging es doch glaube ich irgendwo zum Aufzug jetzt, oder? Hier müsste doch der Aufzug jetzt irgendwo sein Links rum, ah, links rein Alter, weg hier Alter, was? Alter, mein Herz Alter, bitte was Are you alright? Ich speichere mal hier Ich speichere mal hier Das Problem ist, das wird nicht sehr schlau sein, jetzt zu speichern eigentlich, weil wir haben fast kein Leben mehr Und, äh, Tünemann Hallo und schönen guten Abend Schade, dass dieses Game kaum jemand streamt Stattdessen wird das höchstmittelmäßige Mafia 3 geschaut wie geschnitten Brot Ja, das ist, äh, so ist das, so ist das Leiter So, was muss ich jetzt machen? Ich bin auf Deck, bin ich jetzt auf Deck 5? Okay So, Gefängnis, genau, ich wusste doch, ich musste zum Gefängnis zurück Labore, genau, ich muss da hinten lang So Alter Schwede Äh, was war das denn? Ich hatte gerade so ein bisschen die, die Ding, als würde ich von Borg verfolgt werden hier Ich hätte natürlich auch, weiß nicht, ob das das gebracht hätte, wenn ich mit dem Dingensier zugeschlagen hätte Das weiß ich nicht Ähm Das kann natürlich alles sein Ich hatte aber eigentlich viel mehr Das Bedürfnis gerade einfach abzuhauen Okay, also wir müssen zum Gefängnis Das Gefängnis war, glaube ich, da hinten Ich warte nur drauf, dass die Roboter wieder aktiv werden, einfach hier Okay, der liegt noch da, das ist gut Die Gefängniszellen waren, glaube ich, hier irgendwo, oder? Woran das Gefängnis jetzt? Ach nee, hier war das Gefängnis Das muss die, Jens Drücke E, um die medizinische Säge zu verwenden Es war so klar Jesus, das ist gross Na, puh, ich wusste, dass ich ihm die Als ich die, das Willst du mich verarschen, alter, willst du mich verarschen, das kann doch nicht in der Ernst sein Oh, alter, ich Könnt ihr ja durchkrabbeln Ich hoffe nicht Alter, was Natürlich, keine Ausdauung mehr Ach, leck mich doch Das ist doch nicht wahr Ich glaube, das war's Das Problem ist ein bisschen, was ich gerade hier habe Äh, ich hab zwar Oh, alter Alter, das ist doch total bescheuert Jetzt, ich hab jetzt zwar die Hand und alles Aber das bringt mir nichts Sie verfolgen mich doch alle Ich gebe aber erstmal Und ich speichere nochmal eben Jetzt, wo ich die Hand hab Das Problem ist aber Ich hab halt nichts mehr an Heilung Weil ich so viel Weil ich immer gegen die Stromkabel gelatscht bin Dass ich einfach nichts mehr habe Eigentlich Eigentlich ist es gerade ziemlich Das eigentlich ist gerade ziemlich beknackt sogar Ich mach den Spielstand da oben mal Das Game kostet nur 20 Euro Weiß jemand, wie lang das Teil ist? Alien Isolation war ja überlang Keine Ahnung Alien Isolation hab ich Hab ich ewig gebraucht, bis ich's durch hatte Ich hab keine Ahnung Wie lang das Spiel hier geht Ich weiß es wirklich nicht Boah Erinnere mich an Alien Isolation Es ist so eine Mischung aus Alien Isolation Und Soma, finde ich, ein bisschen Ich muss mal ganz kurz gucken Äh, wo muss ich jetzt lang? Ich muss ins Ne, Sicherheitsbüro muss ich nicht Wo war denn der Tür? Wo war denn der Scanner jetzt? War das die neuen Sensorenstation? Ich weiß es nicht Latschen die jetzt hier eigentlich wieder rum? Oh, Alter Das ist so widerlich Ja, komm Mach's noch ein bisschen langsamer Werde uns die Gegend hier verfolgen Bestimmt gleich wieder Gallen? Kannst du mich hören? Jimmy Wo warst du? Entschuldigung, Mann Ich habe Kontakt verloren Sind du okay? Ich habe bei einem Spiel immer Angst, dass ich mir irgendwo festglitsche Tatsächlich Okay, was haben wir hier Walkenburg Cybersicherung System Gefährdet Okay, ich würde gerne die ganzen Droiden Würde ich alle gerne aktivieren Einfach, dass die uns helfen So, ich habe irgendwas aufgenommen Munition war das, glaube ich, oder? Pistolen Munition Ja Da sprechen wir meine Sprache Wartungsterminal Status Gibt keinen Status Stabilisatoren Stabilisatorensteuerungen sind gesperrt Fernverbindungen nicht verfügbar Sperrung aufheben Vorder- und hintere Stabilisatorenräume sind nur für Maschinentechniker zugänglich Betrete den hinteren Stabilisator und starte das System neu Deck 4 Kopplung Aha Okay, ich habe Pistolen Munition Ich finde es übrigens toll Ich habe eine Taschenlampe Das finde ich gerade mega gut Ich habe Pistolen Munition Jetzt brauche ich nur noch eine Pistole Das wäre schön So Batterien haben wir ja schon ein paar gesammelt tatsächlich Ähm Sehe ich eigentlich die Speicherslots? Sehe ich die irgendwo? Ne, ne Die sehe ich natürlich nicht Das ist klar Ich muss zum hinteren Stabilisator Stabilisator Das heißt Ich gehe jetzt Da raus Dann links hoch Und nach Links Ich gehe offensichtlich nicht hier raus Ich muss hier raus Dann rechts Und nach links Ich hasse diese Elektrokabel Ich hasse diese Elektrokabel einfach Die Monster sind gegen Klang empfindlich Sie können deine Schritte und den Klang von öffneten Türen hören Schön Äh, so Deck 4 So Alles nochmal von vorne Diese blöden verdammten Stromkabel einfach Das ist echt nervig Das heißt, das ist wirklich nervig Vor allem, du siehst die halt nicht Du hörst dann bloß da Zack, Zack Bumm Technik raus Wie war das jetzt nochmal? Dann links, glaube ich, ne? Und dann Warte aus durch Ach hier So Und nochmal von vorne Ja Batterien nehmen wir wieder mit Sowohl Munition als auch Taschenlampe So Das haben wir schon Ich bin nicht okay, aber ich bin alive Ich bin gerade in die Ingenierungsruhe Ich habe jetzt die Stabilizierer auf Ich habe jetzt die Stabilizierer auf Ich dachte, die Stabilizierer war im Lockdown Es war Es war Nicht fragen Okay Hörst du Du kannst sie nicht entfernt Du musst die Stabilizierer auf Beziehungsweise Du musst die Stabilizierer auf Beziehungsweise 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 Ich kontaktiere dich später Ja, okay So, jetzt diesmal vorsichtig Auf Stromkabel natürlich Hier ist verkackte Kabel Ach so, die Gegner laufen hier immer noch rum So, ich bin jetzt da und nun Ach so, hier muss ich rennen Okay Ich würde gerne die Türen verriegeln gerne Bitte was Ich hätte gerne mit Geht langsam Was ist das hier? Multis gerne aufnehmen Was immer das Teil macht Ich habe keine Ahnung Systemfehler Aha Ich hätte gerne meine Spritze wieder Das wäre echt super Heilung gibt es hier in dem Spiel Echt gar nichts Muss ich sagen Also relativ wenig mittlerweile Wir haben alles aufgebraucht schon Was ein bisschen doof war Aber wir haben uns auch dämlich gestellt Also in dem Fall ich Habe mich echt dämlich gestellt Mit der ganzen Heilung Ich habe die komplett verbraten Einfach Ich habe noch so einen Energy Drink Habe ich noch Aber Naja Was ist das hier alles? Kann ich irgendwas machen? Ach, da ist das Terminal Okay Konsole mit E hacken Ah, dafür brauche ich das Gerät Ich muss hier hacken Was? Hä? Aha Ein sehr interessantes Hacking-System Oh, das stelle ich mir aber aschig vor Wenn der Gegner hinter einem her sind Dann stelle ich mir das echt Aschig vor Ein bisschen Hintere Feldsteuerung ist offline Hintere Feldmatrix verfügt über 0% Strom Hintere Feldsteuerung ist deaktiviert Ja, anschalten bitte Wir drehen den vorderen Stabilisator Und starten das System neu Ach, mit L kann ich die Missionsziele anzeigen Okay, L für Lockdown Okay Ich hätte gerne Pistole Alter, leck mich doch am Arsch Die wissen halt sofort, wo ich bin Das ist so arschig Die wissen halt sofort, wo ich bin Muss ich lang Äh Das vorderer Vorderer Feldstabilisator Wo ist der vorderer Feldstabilisator? Vorderteil Stabilisator 1 Natürlich Ganz vorne Ist klar Alter Alter, leck mich am Arsch Das kann doch nicht wahr sein Ich laufe einfach mal ein bisschen im Kreis Jetzt Willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Das ist doch nicht wahr Toll, das Sicherheitsbüro ist natürlich zu Ist klar Ich muss einfach katzengeradeaus jetzt Alter Alter, das ist so echt so Das ist so ätzend einfach Dieser Typ, der kann halt nichts Der läuft halt, weißt du Das ist halt so Oh